zum Ende und wir spielen jetzt verwuchert. Oh nein! Ja, ich weiß, ihr habt auch keine Lust, da wird der Oli jetzt entschieden. Dann muss ich jetzt mit Oli zusammenspielen, oder? Jeder mal allein, oder? Wie war das? Achso. Nein, wir spielen wieder zusammen. Also du alleine, glaube ich, machen keinen Sinn. Hey, hey, hey. Nein, weil du rausfliegst, und dann ist das Spiel ja vorbei. Nein, ich flieg nicht raus. Achso. Okay, dann schon. Denn wieso willst du eigentlich immer die Bombe haben, Junge? Weil sonst keiner mitnimmt. Das stimmt, danke sehr. So. Guck uns das doch mal an, oder? Oh, 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 nee, das ist jetzt aber blöd gelaufen. Sehr gut, sehr gut. Ich wollte uns den Rücken fallen, ja. Ja, was soll ich denn machen? Soll ich von vorne kommen? Der bleibt da auf stehen, sehr gut. Ja, der macht den Dennis-Fehler, den berühmten, ja. Ja, stimmt. Wenn er nicht gerade wäre, hätte er Chancen gehabt. Ich hing an einer Box. Er geht wieder zurück zu B. Ich bin nur die ganze Zeit bei B. Ich wollte gar nicht woanders hin. So, jetzt hole ich euch bei A weg. Ach, das gibt's doch gar nicht. Überall sitzt einer. Jawoll. Jawoll. So läuft das. Okay, dann muss ich was ändern jetzt. Das ist ja voll gemein. Was soll der tödliche Schuss? Ich glaube, diesmal spielt er deutlich defensiver. Ich denke auch. Der ist genau zu voll hier. Oh, mich hat's erwischt. Voll. Ah, hat mich gesehen, wie ich da hochgeschlichen bin. Wie gemein. Ja, ich hab dich gesehen. Das ist gemein. Okay, er hat mich erwischt bei, äh... Ja, bei B. Da, wo du auch bist. Da liegst du, glaub ich, falsch. Wenn du sagst, glaub ich, dann ist das ja schon merkwürdig, weil du müsstest es genau wissen. Wenn der Volki irgendwo nicht ist, dann bei B. Okay, wo bei B genau ist er denn? Bombe. Das ist natürlich beim Verwuchert auch ein bisschen kompliziert. Man sieht ja eigentlich hier ja so gut wie nix. Nein, nein, nein! Dann laufe ich ihm direkt in die Arme. Äh, die Kiemen geballert, richtig schön, die Nachtleiter da hochkommt, ja. Dann laufe ich ihm in die Arme. Ah, baby, baby, baller, baller. Und da schießt er auch noch so schlecht, aber ich kann's nicht nutzen. Ich weiß, ich war ganz überraschend, du wirklich da hochkommst, ja. hab ich schon auf dem Feld gesehen und dachte mir, oh, ja, da können ja vielleicht Leiter hochkommen, ja. Und dann ging's aber schneller, als ich dachte. So, das ist erstmalig. Ja, das trennen wir uns. Okay. Nix trennen wir uns, wir bleiben zusammen. Stand together. In perfect harmony. Das gibt's doch nicht, dann kommt der andere und ist direkt vor mir. Ja. Okay, so geht's nicht. Ich merk schon. Ja, so ein Schützentaktik. Das war ja geil. Jetzt muss ich erstmal was ändern. Jawoll. Das war ja immer so ein bisschen Olli-Snap eigentlich, ne? Immer. Oh, er ist hier bei A, B. Oh, du bist ja hinter mir, Junge. Das ist er im Last Stand, oder was? Ah, ich konnte ihn nicht mehr töten. Ich konnte ihn nicht töten. Okay, ich kann auch mit der Waffe nicht spielen. Das ist nix. Oh, den haben ich gar nicht so weit daneben gesammelt, hier, den Tamper. Hm. Suchen und zerstören. Das Ziel zerstören. Bombe erlassen. Vorreite. Er ist bestimmt ganz schnell liegen, schätze ich mal. Nein! Mich hat die Kiste erschlagen. Mich hat die Kiste erschlagen. Ich bin weg. Das ist doch nicht so laut. Das hätte ich niemals gemerkt. Jawohl, den ist sehr gut. Vor allem, die lag eigentlich schon auf dem Boden, ist dann aber nochmal rumgekippt und dann hat sie mich in dem Umfallen hat sie mich erschlagen. Als solche Todes muss man erst mal sterben, ey. Boah! Komm schon, der kommt sofort tot. Ich wollte die Kiste auch haben. Von hinten sogar. Ja, ja. Ich weiß gar nicht, wer da hingekommen ist. Mhm. Hat die Kiste erschlagen. Kann jedem mal passieren. Achtung! Feindliche Aufklärungstrone gesichtet! Das ist jetzt aber nicht so gut. Ah, der ist kalt! Wie gut! Dennis! Ich hab's erwischt! Dennis! Ich hab's erwischt! Obstwitz ist an dir! Hol ihn dir, Tiger! Genau! Hol ihn dir! Du siehst ihn ja! Ja! Ah, nicht mehr, die ist schon wieder weg, die Drohne. Nein. Das war natürlich auch nicht schlecht. Wie ging das denn jetzt? Spannung pur. Die Zeit wird knapp. Die Bombe wurde platziert. Nein, da ist er in der Tür. Steckt er genau an der Tür, wo du durchfällst. Oh, unglücklich. Ist da noch irgendwo was? Ja, ich wollte sie gerade legen, als du da... Nein, Junge, hör auf! Und was ist mit dem Dennis? Den habe ich nicht gefunden, den hat es zerrissen. Bist du eigentlich durch meine Claymo durchgerannt? Ja, ganz hinten bei unserer Base. Bist du durch meine Claymo durchgerannt, Volki? Nee, ich bin um die Ecke. Ich habe gehört, dass du sie legst, dann bist du dabei weggerannt irgendwie dann davon. Weil ich da in die Ecke rum. Na, ich dachte, du würdest dann auf jeden Fall sterben. Und hab mal so rumgeschaut, ob du dich so wirklich da um die Ecke rumgelegt hast. Und dann... Oh nein, ich habe da die ganze Zeit hingesehen, aber ich habe dich nicht gesehen. Ja, ich war nämlich geduckt. Nee, geduckt. Du bist ja vollkommen verrückt. Nein! Ah, er steht da hinten bei seiner Base. Ah! Ja, da fange ich nämlich immer an. Ich glaube, er hat dich gesehen. Angst. Willst du dir etwa die Bombe holen? Das hatte was von Kirmes gerade. Es war schön die Claymo gelegt. Aber ich denke, dass er da schon irgendwie... Ja, vor allem als ich ans Fenster gerannt bin, dachte ich ja, ich hätte ihn irgendwie entdeckt. Ja, hast du aber nicht. Doch, anscheinend ja schon, weil ich bin ja nochmal ans Fenster, um mich zu vergewissern, dass du da wirklich bist. Oh, wer schießt denn da auf meine Predator-Drohne? Von ganz hinten aus der Base. Doch, gar nicht. Das war gar nicht in der Base. Das war sowas von in der Base. Mehr Base geht ja gar nicht. Irgendwo lauert der doch sicher. Da auch, ja. Das ist korrekt. Ah, ja, Moment. Ja, ja. Okay, da will jemand bei A legen. Aber er ist kalt, da siehst du mich ja nicht, wenn ich schieße, oder? Ah, nee, das ist nur mit Schalldämpfer, ne? Nee, seh dich nicht. Siehst du mich nicht? Nee, nee. Alter, Olli hört gut. Ja, ja, ja. Jetzt wird aber die Zeit knapp. Oh, nein. Boah, da lag eine Claymore, das war mein Tod. Ich habe mitten auf dem Weg eine Claymore gelegt. Aber da laufe ich noch um Dennis vorbei. Und dann auf einmal ist der Olli hinter mir. Aber dass du da noch nicht mal stirbst bei der Claymore, das ist ja unfassbar. Naja, war fast tot. Aber dass du da überhaupt reinrennst, die habe ich ja völlig aus Versehen mitten auf dem Weg gelegt. Ja, ich hätte auf die Claymore schießen sollen, schon wieder, aber ich habe es nicht gemacht. Ich meine, ganz weit weg von mir. Ah, ist gut zu wissen. Die Bombe wurde platziert! Ich vermute. Oh, Dennis, hätte ich auch gesehen. Ja, richtig. Ja, richtig. Schön hinterm Panzer hergelaufen. Ach, da stand da natürlich Gold richtig. Boah, da hab ich ganz fies gesessen. Das hatte auch was von Kirmes gerade, so von rechts nach links. Ja, ja, du mit deiner Kirmes jetzt schon wieder hier. Ach so. Oh, oh. Oh, das war knapp. Oh, ja. Beende die Mission. Du bist als einziger übrig. Die Bombe wurde platziert! Nein. Doch. Er ist hier hinterm Haus wieder, genau da, wo er vorhin auch saß. Ah. Ach, ach. Das war ja meine Chance gewesen, ja. Da hab ich genau Gold richtig diesmal gelaufen, aber es hat trotzdem nichts gebracht. Dennis, komm. Keine Zeit. So war das nicht gemein mit Keine Zeit. Diesmal lag sie auch besser. Die lag richtig, die lag gemein. Ja. Ja, falls es hier auch genau drauf steht. Nein. Na gut, dann komm jetzt. Aber da war ich glaube ich gar nicht. Ne, da war ich wirklich nicht. Ich war im Haus. Geht zu A. Ja. Ah, das kann nicht wahr sein. Jawoll. Hab ihn weggetan. Hab ich aber auch keinen einzigen Treffer gesetzt, oder? Ja, sehr gut. Ah, Dennis, komm. Sieben haben wir schon wieder. Also wir werden auf jeden Fall besser das letzte Mal. Naja, sind wir zumindest gleich gut. Ja. Ich hab auch schon wieder meine zwei Kills. So viel hatte ich das letzte Mal auch insgesamt. Jawoll. Oh, oh. Da kannst du ja jetzt zurücklehnen. Jetzt stirbt er aber doch auch mal. Du bist der letzte. Bring die Mission zu Ende. Oh nein. Ich hab die Runde verloren. Oh, da sind sie über mich hergefallen. Das ist gerusht. Das war gerusht. Ich hab gar nichts gesehen. Mit deinem Basin mal gerusht. Ich bin nur gespannt, was ich da überhaupt mache. Ja. 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 Ah, ich laufe weg. Ja. Das hätte ja noch klappen können. Okay, das ist jetzt natürlich ein bisschen eng. Das Ziel verteidigen. Ist es bei mir? Ich bin tot. Uuuuh. Er war im Haus irgendwo. War. Bring die Mission zu Ende. So ein Fensterchen. das war aber eng stehen bleibt ja ich wollte erstmal gucken ob du da irgendwo bist ich wurde das richtige näschen oh gott nein da sind sie beide vor mir wieder ach mist aber wie schön er da hier die kleine selbst darstellt du hast claymore ich bin ja du saß dir da und hast in eine richtung geguckt quasi aber claymore ist doch eigentlich so ein schwert oder kann ich jetzt nicht sagen oder in dem spiel ich das ist excalibur naja bei diablo gibt es bestimmt auch einen claymore oder sowas aaah er ist irgendwo wo ist er denn ach da sitzt er ich seh ihn nicht irgendwie da bei dem haus bei a wieder im gebüsch der gebüschhocker braucht was süßes leute ff 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 Nein, nein, das kann doch nicht wahr sein. Wieso geht er denn nicht auf A? Ich hatte die Claymore gesehen. Ich habe dich gesehen, als du zu B gelaufen bist durch den Graben. Ach nee, das ist aber ärgerlich. Ach, der ist hervorragend. Jetzt wird es aber ein bisschen eng. Ich dachte mir aber, aus der Entfernung treffe ich dich nicht. Ich wollte dich ein bisschen näher rankommen lassen. Jetzt Tess, bring die Mission zu Ende. Die Bombe wurde schaffiert. Aber schnell. Ach, er ist hinten im Hinterhaus. Ich gehe aber auch immer genau dahin, wo er dann... Ach, nein. Ja, da läuft der andere auch noch rein. Ja, da bin ich schon hingerasht. Da, gerade nachgeladen, da komme ich um die Ecke. Ja, das ist natürlich auch schon... Ah ja, genau, da kam ich auch raus, ja. Na gut, gute Ecke. So Runden gibt es immer mal wieder. Das stimmt. Wir können den Oli nicht ganz so haushoch verlieren lassen, dass er nicht immer alleine spielen will. Er sitzt ja irgendwo dahinten, ich will durch die Gegend. Au. Halt. Das gibt es doch gar nicht. Gibt der mir so heftig. Die Bombe wurde platziert. Nein, nein. Oh nein, da hast du wieder diesen Bug, dass ich die Bombe zweimal gelegt habe. Ja, da ist noch eine Claymore da. Aber das schaffen wir locker. Das war aber unfair in dem Falle, weil ich habe die Bombe zweimal gelegt. Das ist mir egal. Das ist, weil du die Claymore zu früh gelegt hast. Wurken, ich spring sogar noch rum. Wurken, ich werfe sogar auf den Denkmal noch eine Blendgranate. Vorsicht, Dennis, das ist eine Blendgranate. Na gut, ich entschaffe sie trotzdem. Ich schieße ein bisschen hier. Halalale. Aber nicht auf mich. Halalala. Ach Gott. Oh, das ist der Matchpoint für uns. Die mehreren Matchpoints, ja? Oh, ja. Oh, und wir könnten den Olli so schlagen, wie er uns in der ersten Runde geschlagen hat. Was? Richtig. Oh, stimmt. Ich würde ein bisschen Druck machen. Also Hauptsache, wir gewinnen. Oh, wir haben die Bombe. Ich nehme es mal wieder. Ja. Also anscheinend nicht. Jetzt geht's. Wir alle zählen auf dich. Die Bombe wurde platziert! Oh, aus der Scheune. Aus der Scheune wird hart geschossen. Ich bin down. Ich hatte auch gesehen. Ach, scheiße. Jawoll. Glückwunsch! Guck mal, wie schlecht ich stelle. Aber ein Headshot war super. Super geamt, ja. Sehr schön. Oh, da ist doch in meine Claymore reingefallen, glaube ich, beim Stern. Ja, ja, die ist noch hochgegangen. Ja, ja, die habe ich gesehen. Die lag direkt in der Bombe drin, aber was willst du machen? Ja, das liegt daran, dass du mit einer positiven Bilanz halt dann auch logischerweise trotzdem verlierst. Ja, das liegt daran, dass ihr zwei seid. Das ist halt so. Ja, klar. Das ist halt schon bitter.